Herzlich willkommen auf Gutscheinrausch.de. Wir möchten euch heute zeigen, wie einfach ihr einen Koffer-Profi-Gutschein von uns einlösen könnt. Dafür ist es erstmal erforderlich, die Koffer-Profi-Gutschein-Seite bei uns zu besuchen. Und hier im oberen Bereich werden gleich unterschiedliche Gutscheincodes angezeigt. Zum Beispiel gibt es derzeit 40 Euro Rabatt auf die nächste Bestellung oder auch einige andere Aktionen hier unten. Und wir möchten euch heute mal zeigen, wie ihr euch diesen Rabatt bei der nächsten Bestellung sichern könnt. Zuerst müsst ihr dafür auf die Schaltfläche Gutscheincode anzeigen und Shop öffnen klicken. Es öffnet sich daraufhin ein neues Fenster mit einigen Details. Oben wird angezeigt, erneut wie hoch die Ersparnis ist und darunter wird gleich der Gutscheincode mittig hier angezeigt. Diesen kann man sich ganz einfach kopieren, indem man hier auf das Scheren-Symbol klickt. Und darunter gibt es ein paar Informationen zur Gültigkeit und zum Mindestbestellwert. Ein paar Bedingungen müssen natürlich auch noch erfüllt werden, aber wir wechseln nun einfach mal den Tab. Denn im Hintergrund hat sich bereits die Internetseite von Koffer-Profi geöffnet. Und ich habe bereits einige Produkte in den Warenkorb gelegt. Es liegt natürlich nun bei euch, Produkte in den Warenkorb zu legen, die euch gefallen und natürlich auch die Bedingungen erfüllen. Und im ersten Bestellschritt direkt im Warenkorb habt ihr hier unten bei, haben sie einen Gutscheincode. Die Möglichkeit in das Textfeld Gutscheincode eingeben zu klicken, einen Rechtsklick zu machen, auf Einfügen zu klicken und daraufhin mit dem Klick auf Jetzt einlösen zu bestätigen. Gerade eben waren es noch 519 Euro und nun ist der Gesamtpreis hier auf 479 Euro gesunken. So einfach ist es also möglich mit unseren Gutscheincodes etwas Geld bei der nächsten Bestellung bei Koffer-Profi zu sparen. Das war es von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!